Hier ist also ein amerikanischer Soldat offensichtlich am 23. Februar 1944 nach England gekommen, dann am 17. Juni 1944 nach Frankreich, am 12. September dann nach Luxemburg, am 4. Dezember nach Belgien, schließlich am 5. Dezember nach Holland und am 6. Dezember 1944 nach Germany. Dann schreibt er USA45, we hope by Christmas. Also er hofft Weihnachten wieder zu Hause sein. Ist doch nett und ich finde es auch unbedingt erhaltenswert. Wir hatten jetzt erst seit ein paar Jahren diese Glasdinger davor. Leider sind dann immer mehr Graffiti dazugekommen. Sie haben jetzt keine Chance mehr. Wartest du in den 90er Jahren öffentlich zugeben? Da sind immer wieder Penner eingestiegen, immer wieder Penner reingekommen. Dann holen sie mich rein.